I need to get home I need to get home How will I go home Montag, Mittwoch, Freitag Wie es ja gewohnt seid Und es kamen keine Videos Weil ich hatte erstens keine Lust Und ich will keine Videos bringen Wo man merkt, dass man einfach gar keine Lust hat Und zweitens Hatte ich sonst auch keine Zeit Ich habe für die Autoprüfung gelernt Und ich wurde 18 Und ja, das wollte ich schon mal gesagt haben Und dann hoffe ich Ihr freut euch auf Mittwoch Da kommt das erste richtige Video wieder Und dann bis zum nächsten Mal Und tschüüüüü